Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin echt schwer beeindruckt, was ihr hier macht. Das geht wahnsinnig schnell. Politik meets WG-Life. Das Duell um die Welt mit Köchen. Die arbeiten so ein bisschen mit der Diskretion einer Mafia und das aus gutem Grund. Der Journalismus braucht gute Anwälte. Das ist zwar traurig, aber es ist tatsächlich so. Wenn man sich gut organisiert, hat man Zeit für so einen Quatsch. Made for Mind. Dass wir pädagogisch wertvoll sind. Vom Aufwand und von der Mühe ist es unfassbar viel. Das glaubt man immer nicht. Wir müssen die Redaktionsarbeit transparent machen. Medienkompetenz ist ja auch praktisch so etwas wie Bildung und Bildung ist so etwas wie eine Firewall für Köpfe. Dankeschön. Dienstag. 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 Schön was, gerne wieder. Vielen Dank.